Hallo meine lieben Abonnenten und Abonnentinnen, willkommen zur Turnierübersicht. Ihr seht schon im Hintergrund diesen wunder, wunder, wunderschönen Screen, den ich nur für euch erstellt habe, mit dem ihr euch durch das Turnier navigieren könnt und alles schön im Überblick habt. Ja, zuallererst die beiden Moderatoren, das sind einmal der Unabahre LP und Javaizum LP, das bin ich. Die Matches werden erscheinen auf dem Kanal von der Unabahre LP und Informations- und Übersichtsvideos werden auf meinem Kanal erscheinen. Klickt auf eins der Logos, um zum Kanal zu kommen. Rechts seht ihr die Turnierstufen des Turniers unterteilt in Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Jeweils wird es eine Anzahl von Matches geben und wenn ihr darauf klickt, kommt ihr zu einem Video, wo ihr weitere Übersichten habt, um zu den einzelnen Matches zu kommen. Jetzt gerade, wo ich das Video aufnahme, gibt es aber noch keine Matches, aber sobald welche kommen, werden die darüber auch verlinkt. Unten seht ihr die Links zu den Infovideos, davon sind bisher erst zwei hochgeladen. Die nächsten Infovideos kommen dann erst, sobald das Viertelfinale, Halbfinale oder Finale gestartet wird. Ja, klickt jetzt einfach darauf, worauf ihr wollt und ja genau, der Link zum Trailer ist natürlich auch mal in der Übersicht drin. Und ihr werdet, denke ich mal, in den Videos dann auch Links haben, womit ihr zur Turnierübersicht kommt. Ich hoffe, dass wir ein tolles Turnier haben. Ich freue mich jetzt schon ganz riesig drauf, die ganzen Matches aufzunehmen und zu kommentieren. Ja, und ich hoffe, dass dieses Video das relativ übersichtlich darstellt, was wo stattfindet. Ich denke, mit der Zeit sollte jetzt eigentlich auch jeder schon irgendwo hingeklickt haben. Wenn ich dann klicke jetzt irgendwo hin, wo willst du hin? Willst du auf meinen Kanal oder willst du zum Viertelfinalübersicht? Oder willst du zu Infos oder was auch immer? Hm, lasst euch überraschen. Vielleicht kommen noch Sondervideos. Wie gesagt, die Vorrunde hat noch gar nicht richtig angefangen. Bisher wurden nur die Matches festgelegt. Aber sobald Videos kommen, werden die bei der Wunderbare hochgeladen und auf meinem Kanal auch auf verschiedenen Videos verlinkt. Wie gesagt, unter anderem hierüber. Ja, und jetzt klickt mal endlich. Wenn ihr jetzt immer noch zuhört, klickt. Klickt. Ja, weil jetzt so ein LP befiehlt euch irgendwo zu klicken. Bitte. Desto länger ihr dran bleibt, desto weniger Zeit habt ihr, um die Matches zu gucken. Hier passiert nichts. Hier ist die ganze Zeit nur dieser Screen und ihr müsst irgendwann weg gucken. Aber wirklich treue Abonnenten gucken sich auch so ein Video bis zum Ende an. Einfach nur, um meine Stimme zu hören. Tja, das tut mir jetzt leid. Jetzt hattet ihr nämlich euch. Ich kann nicht reden. Jetzt hattet ihr nämlich ein paar Sekunden, wo ihr meine Stimme nicht gehört habt. Und das war verschwendete Lebenszeit für euch. So kann das manchmal gehen. Macht was Sinnvolles. Macht Hausaufgaben oder spielt mit eurem Haustier oder was auch immer. YouTube nimmt euch das Leben. Nein, nicht nehmt euch das Leben. YouTube nimmt euch das Leben. Klickt jetzt irgendwo, um weitere Lebenszeit von euch in Videos zu stecken, die euch wahrscheinlich überhaupt nicht irgendwie und so. Ja, irgendwie ist das kontraproduktiv, was ich gerade sag. Aber egal, ich rede ja nur so vor mich hin. Ihr kennt das ja. Nein, guckt euch unsere Videos an. Guckt euch meine Videos an. Weil ich denke, das Turnier wird der übelste Hammer. Total. Das wird total super werden. Ach ja, und Musik im Hintergrund gibt es nicht. Deswegen sage ich auch gar nicht, von wem die ist. Weil das ganz improvisiert gerade aufgenommen wird. Wir haben jetzt gerade... Was haben wir überhaupt? Wir haben Dienstagnachmittag. Und ich habe mir gedacht, die Turnierübersicht sollte euch helfen, vielleicht den Überblick darüber zu halten. Seid ihr immer noch dran? Das ist schon komisch. Jetzt geht mal langsam weg, bitte. Und so. Nein, bleibt da, aber... Aber klickt irgendwo drauf und geht auf andere Videos und so. Bitte. Schnell. Ich habe nicht ewig Zeit. Und außerdem muss ich jetzt was essen gehen. Ja, danke fürs Zusehen. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns in späteren Videos oder hören uns in den Matches. Aber ich bin immer noch dran. Haha. So schnell werdet ihr mich nicht los. Naja, vielleicht doch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.